hallo zusammen ich bin's der bärdecke björn und hier ist wieder mal wir uns ballereien ich weiß nicht die wievielte ausgabe das jetzt schon ist sagen wir mal ausgabe 18 grob geschätzt das könnte ungefähr hinkommen irgendwas um den dreh wird schon sein ich spiele hier abschluss bestätigt im bodenangriff bodenangriff hört sich so scheiße an sagen wir ground war klingt einfach cooler mit der cm 901 schall gedämpft und einem rotpunkt visier eine weitere ein weiteres sturmgewehr das mir sehr gut gefällt also unter den sturmgewehren ist zwar das acr gerät mit abstand natürlich nicht sagen wir nicht mit abstand ist einfach die klare nummer eins also bei mir zumindest da gibt es vielleicht auch unterschiede von anderen aber ich denke dass über alle statistiken hinweg gesehen ist das einfach die beste waffe unter den sturmgewehren aber der rest ist für mich ziemlich gleich auf also da kann ich mich immer schwer entscheiden was ich denn jetzt mitnehme heute hat es mal die cm 901 geschafft ich da hatte ich auch schon die m4 a1 und die ich hatte nur die m4 a1 noch als sturmgewehr aber auch die g36 oder wie heißt das teilweise die ak benutze ich auch sehr gerne auf jeden fall sind die für mich alle auf einem sehr hohen niveau alle sehr gut einsetzbar vor allem mit schalldämpfer und erweiterten magazin sind sturmgewehre wirklich stark also da haut man dann schon mal schnell einen triple kill raus weil man einfach dauer feuern kann und der schalldämpfer ist auf jeden fall sehr nützlich wie ich finde denn logischerweise man wird nicht auf der karte gesehen und bei sturmgewehren ist jetzt auch der damage drop off der verlust an schaden den man über die entfernung macht jetzt nicht so extrem also da killt man immer noch recht schnell und präzise über weitere entfernungen um sich das durch mal drauf zu schnallen auf dieses schicke sturmgewehr hier habe ich jetzt meine reaper und eigentlich wollte ich eine sehr interessante taktik zeigen die ich vor kurzem in einem anderen video gesehen habe der hat es damals osprey gunner loop genannt wahrscheinlich nennt das immer noch so nicht nur damals auf jeden fall wenn man dann hardliner pro pro und predator reaper und osprey mitnimmt dann kommt man naja recht wenn man zum osprey kommt sagen wir mal so gibt es da ja diesen punkt wo dann gegner wenn man die killt und dann die direkt wieder spawnen kann man nicht sofort wieder weiter moschen also da gibt es haben die eine kurze zeit sozusagen zur regeneration keine ahnung wie die es jetzt genannt haben auf jeden fall kann man die da nicht töten mit einer killstreak und das führt dazu dass man eine menge assists kriegt also wenn man jetzt nicht ganz für ein totes team hat kann man da schon mal eine menge kassieren und diese assist zählen schon zu nächsten killstreak dazu das heißt wenn man mit hardliner pro zwei assist kriegt zählt das ja als kill und diese kills zählen dann schon zu nächsten predator also da ist es nicht weil es aus dem osprey ist also aus der vorhergegangenen killstreak dass die nicht zählen nein das zählt dann dazu und das heißt man kommt aus dem osprey raus und hat unter umständen schon die neue predator sozusagen in der hand oder schon zwei drei kills auf dem weg zu dieser predator das problem ist hier einfach dass ich nicht genug zeit habe um genug assist zu sammeln also natürlich braucht man dafür auch gegner team die nicht sofort alles runter ballern also es können doch ein paar mehr parameter dazu als einfach nur gute cd künstler ich bin ich jetzt wieder raus aus dem osprey man braucht ein kleines team und nette gegner die sagen okay wir lassen uns mal über den haufen rennen okay was die meisten cod typen eigentlich tun aber wenn das dann doch wenn man das doch dann mal schafft dann ist es wie finde eine sehr lustige taktik die wirklich viel spaß macht weil man einfach den gegner unter dauer beschuss hält aus der luft was erstens extrem frustrierend für den gegner ist was die zu fehlern zwingt und zweitens natürlich eine menge menge kills bringt was im ergebnis dann zu einer menge spaß bei in dem spielfeld und im endeffekt ist das einfach das was man erreichen will mit diesem spiel also denke ich zumindest dass wenn man videospiele spielt geht das meistens darum spaß zu haben also ich hoffe zumindest dass das der grund ist denn wer das nur was weiß ich aus welchem grund auch immer spielt wer das nur als sport oder so ansieht eigentlich fällt mir kein grund ein warum man videospielen sollte videospiele spielen sollte wenn nicht des spaßes wegen also aber falls irgendwer einen grund hat das nicht aus spaßes halber zu spielen ist das einfach nur bescheuert denn das ist was spiele videospiele tun sollen und wenn es dann eben mal keinen spaß mehr macht muss man eben andere wege finden um entweder in dem spiel sich nicht frustrieren zu lassen und einfach weiterzumachen mit breiter brust den bart zeigen und sagen hey dann mach ich halt was anderes oder einfach sagen gut dann spielen wir halt heute mal nicht ne dann was macht man ja was weiß ich gehen wir mal ein bisschen raus und rampe äxte in köpfte von meinen nachbarn also natürlich nur wenn ihr einen echt guten grund dazu habt sonst würde ich das nicht empfehlen das könnte zu schweren problemen führen ähm also mir fällt eigentlich auch kein wirklich guter grund dafür aber falls ihr einen richtig guten grund habt was weiß ich das ist ein massenmörder es ist adolf hitler was schwierig sein sollte oder irgendwie sowas in die richtung dann ist das auf jeden fall eine alternative zu cod aber es gibt natürlich auch noch andere tätigkeiten außerhalb des hauses als dem nachbarn externe kopf zu rammen man kann ja auch schwerter nehmen die tun es genauso ähm bringt auch einen ziemlich ähnlichen effekt und wenn einem grad mal nicht nach leute umbringen ist ähm dann gibt es ja auch noch genug sportliche aktivitäten was weiß ich irgendwie klagemauer free climbing oder irgendwie sowas ist ja auch egal hauptsache ihr findet ein weg euch nicht von diesen nun ja doch ziemlich oft schwer frustrierenden spiel frustrieren zu lassen also schön entspannt bleiben dann lebt sich so viel einfacher tut es wie der bärtige björn einfach den bart sprießen lassen und dann gemütlich dem leben entgegenblicken und wenn ihr so wie möglich dem leben entgegenblickt vielleicht noch diesen kanal abonnieren vielleicht einen kleinen kommentar schreiben vielleicht einen like da lassen vielleicht auch einfach sagen hey ihr seid toll ich schenke euch 5000 euro könnt ihr gerne machen wenn ihr wollt würde mich auf jeden fall freuen ähm auf jeden fall ihr seht das video neigt sich schon wieder dem ende zu ähm ich krieg jetzt hier noch ein paar kills äh dann was kommt jetzt hier noch ein kill kommt glaube ich noch der mich zu einer reaper bringt auf jeden fall hoffe ich dass euch das video mal wieder gefallen hat äh ich denke hoffe ihr versucht mal diese taktik und schaut ob ihr das richtig hinkriegt nicht so wie ich hier ich konnte das nicht wirklich zeigen ich hoffe ihr lasst euch nicht frustrieren von diesem spiel und falls ihr doch mal wieder frustriert seid könnt ihr zurück zu diesem kanal kommen und meiner beruhigenden wohltuenden stimme lauschen und zusehen wie ich gegner nach gegner ummähe ähm denke das ist deutlich entspannender als sich über sachen im leben aufzuregen also verhalte das im hinterkopf bis zum nächsten mal nicht vergessen stutzen nicht rasieren oder auf jeden fall Vielen Dank.